Hallo, mein Name ist Marc Dibowski. Ich bin professioneller Zauberkünstler, Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland und mehrfacher Buchautor. Kennst du die Situation? Du bist ein Künstler, der eine künstlerische Dienstleistung für Kunden offeriert. Deine Kunden rufen bei dir zu Hause an und nun gilt es, den Interessenten in einen wirklichen Kunden zu verwandeln. Dabei gibt es eine Menge Stolperfallen, die du machen kannst. Aber es gibt genauso gut viele Tricks, Gedanken, Wort- und Redewendungen, die du anwenden kannst, um möglichst viele Anrufer zu einer Buchung zu bewegen. Genau um diese Tricks, Tipps, Kniffe und Hintergrundgedanken geht es in meinem Buch Wunder zu verkaufen. Nun gilt es darum, diese Interessenten in wirkliche Kunden zu verwandeln. In meinem Buch Wunder zu verkaufen habe ich dir eine Menge Grundlagen, Gedanken, Tipps und Tricks niedergeschrieben, womit dein Erfolg maximiert wird. Dass diese Geheimnisse, Tipps und Tricks wirklich funktionieren, bestätigen Künstlerkollegen, die dieses Buch bereits lesen durften. Nun bist du an der Reihe. Du bist herzlich eingeladen, Wunder zu verkaufen, zu konsumieren, anzuwenden und Erfolge zu feiern. In einer exklusiven Edition gibt es zudem das Hörbuch und ein zusätzliches PDF sowie ein Telefonleitfaden gratis zum Download dazu. Mein komplettes Wissen und das Buch Wunder zu verkaufen kannst du auf dieser Seite erwerben. Herzlich willkommen in meiner Welt Wunder zu verkaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017